Hey Internet, unter dem letzten Video habt ihr mir so viele coole Fragen gestellt, dass ich diese Woche direkt nochmal ein YoMarius machen musste. Let's go! Vince fragt, YoMarius, warum so viele Lensflares? Hey, du hast mich doch letztens mal angerufen, dass ich mir Lensflares in meine Videos einbauen soll. Und immer wenn du mich jetzt anrufst, muss ich irgendwie ein Lensflares-Video machen. Hashtagas fragt, YoMarius, warum sind deine letzten drei Videos fast nur drei Minuten lang? Illuminati confirmed? Wie konnte ich diesen Code nur knacken? Addiert man die Quersel mit der Länge der letzten fünf Videos ergibt das 37. Teilt man das Ergebnis durch die Anzahl dieser Videos ergibt das 7,4. Das ist die Quersel mit der Länge des zweiten Videos. Und was sieht man in der siebten Sekunde des zweiten Videos? Dreiecken. Dreikanten. Ein Dreieck. Wir müssen ihr auffallen. Wir werden ihn verflogen. Der Muszi fragt, JaMarius, wie alt bist du? Und kommst du aus einer anderen Galaxie? Seit 18 Jahren lebe ich nun auf diesem entfernten Planeten. Allein. Warte, wer bedient denn dann die Kamera? Er meint schon tief. Marius Frint fragt, denkst du, dass durch Pokémon GO eine Pokémon Invasion ausbrechen wird? Vielleicht ist sie ja schon ausgebrochen. Oh, da ist ein Pokéstopp! Oh, da ist ein Pokéstopp! Ja Marius, schaffst du es auch ein Video ohne Special Effects zu machen? Klar schaff ich das! Yo, stellt mir eure Folie für die nächste Folge mit dem Hashtag ja Marius unten in die Kommentare oder auf Twitter. Checkt noch meine letzten Videos ab und folgt mir auf meinem ganzen Social Media Grabe, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Abo daumen, nichts mehr zu verpassen. Hau da rein, bleib da aus dem cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Bis nächste Woche! . . . . .